AfD-Chef Tino Chrupalla ist wieder da, nachdem er letzte Woche Opfer eines Anschlages bei einer Wahlveranstaltung in Bayern geworden ist. Und er geht ziemlich hart mit den Ermittlungsbehörden, der Polizei, aber auch der Staatsanwaltschaft ins Gericht und spricht sogar davon, dass er sich als private Person selber um diese Ermittlungen kümmern muss. Ganz harte Vorwürfe, die erhoben werden und, ich muss es leider sagen, es geht ihm bis heute noch nicht gut, wie er selber von sich sagt. Und das Ganze geht zurück auf ein JF-Interview, das er geführt hat und er ist ja seit gestern bereits auch wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Aber direkt vorweg nochmal, es geht dem Mann nicht gut, er leidet bis heute unter Appetitlosigkeit und Unwohlsein. Und das ist natürlich absolut zu verurteilen, wie auch schon in der letzten Woche mehrfach geschildert, was da passiert sein mag, gehört wirklich komplett aufgeklärt. Aber ich gebe euch einen Teaser, ich glaube, dass nicht sonderlich oder überhaupt nichts daraus kommen wird. Und irgendwann wird es heißen, wir konnten keine Täter feststellen und der Herr Chappala, ja gut, dem ist halt ein bisschen übel geworden. Glaubt mir, sowas in der Richtung wird hier folgen, es werden keine sonderlichen Ermittlungen stattfinden und das Ergebnis wird enttäuschend sein. Sagen wir es einfach mal so. Aber zu diesem Interview, dann heißt es hier nämlich, er hat nämlich selber auf sein eigenes Geheiß eine Begutachtung der Einstichstelle gemacht. Und in diesem Gutachten heißt es nämlich, das liegt der JF vor, sei sogar eine entzündliche Veränderung bestätigt worden. Und zugleich auch der Einstich ist ganz klar bestätigt worden. Denn, er sagt hier, Zitat, es ist ein Skandal, dass ich im Fall eines Anschlages privat teilweise die Arbeit der Ermittlungsbehörden übernehmen muss. Und er spielt darauf an, dass er nämlich auf eigene Initiative in eine pathologische Praxis in Dresden gefahren ist, nachdem er aus dem Krankenhaus wieder raus war, um herauszufinden, was denn überhaupt dort passiert ist in Ingolstadt. Und dann hat er nämlich hier die Stelle des Einstichs von einem Facharzt aus der Haut schneiden lassen. Und in dieser Begutachtung wird nämlich ein sogenannter Stichkanal bestätigt. Und dann heißt es hier, die beschriebenen histologischen Befunde sind mit einem Einstich-Stichkanal vereinbar. Also ein unwiderlegbarer Beweis. Was soll man dazu jetzt noch sonst großartig sagen, als, ja, das hat stattgefunden. Weil von wegen hier Bienenstich oder ähnliches, was hier dann wirklich so absolut respektlos dargestellt wurde und alles, wirklich eine ganz, ganz harte Nummer, wie ich persönlich finde. Und wenn wir uns zurückerinnern, sinngemäß hat doch auch nichts anderes in dem Arztbrief eigentlich gestanden, von dem ja nachher von dem Arzt zurückgerudert wurde. Ein schnell, wer böses dabei denkt. Ich habe ja darüber berichtet. Denn dort war ja im Zitat von einer intramuskularen Injektion die Rede. Und zwar sowohl unter dem Part Diagnose, auch als der Anamnese, also der eigenen Schilderung des Betroffenes, aber auch der Diagnose. Es ist schon wirklich sehr, sehr dubios, wie das alles weitergegangen ist. Ja, und der Chrupalla hat das auch noch hier die Situation geschildert, wie er sie da wahrgenommen hat in der letzten Woche. Da kamen wohl zwei jüngere Leute auf ihn zu, hätten ihn umarmt und danach wurde sein Arm auf einmal schwer. Er konnte sich nicht mehr richtig auf den Beinen halten, wie wir ja dann auch gesehen haben. Und wurde ja dann von den Personenschützern und irgendwelchen Leuten dann auch noch gestützt und zum Krankenwagen gebracht. Und ist dort ja einen Tag geblieben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ja nicht so, dass der jetzt mal kurz im Krankenhaus war. Nee, ist alles in Ordnung, sie haben nichts. Nee, nee, im Gegenteil. Und was nämlich auch in der Presse verschwiegen wurde, was die BKA-Beamten nämlich auch gesehen haben, dass auch Blut an seinem Hemd war. Also das kann man ja nicht einfach alles so wegreden und dann sagen, ja gut, es gab ja nichts, es gab keinen Vorfall, hier gibt es nichts zu sehen. Und im Hintergrund, wie bei Nackte Kanone, glaube ich, bei dem Film war das ja, explodiert das Haus und brennt das Haus und fliegen die Häuser, die Autos durch die Gegend und sonst was. Also wirklich eine ganz, ganz krasse Entwicklung, wenn man sich diesen Fall so nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Es ist wirklich krass. Aber das Ganze ist für den Herrn Chrupalla auch so noch nicht beendet, denn Chrupalla sprach darüber hinaus davon, dass die Ergebnisse weiterer Blutproben noch ausstehen. Eine davon habe er sich in einem Labor entnehmen lassen, die andere sei von offizieller Seite durchgeführt worden. Und das ist sehr, sehr gut, das hatten auch einige von euch in die Kommentare reingeschrieben. Er solle auf jeden Fall hingehen und selber eine Untersuchung machen lassen, selber beauftragen und nicht nur die von öffentlichen Stellen oder von der übersten Behörde, was weiß ich, wer das ganz genau gemacht hat, durchführen lassen. Weil mal gucken, was dann bei den zwei Sachen rauskommt. Aber gut, das kann ja mal passieren, dass man eine Blutprobleme macht und da kommt das raus und da kommt das raus. Im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, ist das natürlich möglich. Interessant ist auch noch, dass er und Frau Dr. Weidel als AfD-Fraktionschefs bestätigt wurden. Die Vorstandswahl, so wird das Ganze ja betitelt, ist hier am Dienstag passiert. Aber es ist kein brillantes Ergebnis. Aber warum ist das positiv zu sehen? Weil das Demokratie ist, meiner Meinung nach. Denn, wenn wir uns das ganz genau angucken, beinahe hätte die AfD künftig eine einzelne Spitze aufgestellt. Doch nun bestätigte die Partei, dass Alice Weidel und Krippalla auch zukünftig die AfD-Bundesfraktion als Spitzen-Duo anführen würden. 44 Mitglieder stimmten dafür, 22 dagegen. Und prozentual ist das ein nicht so tolles Ergebnis. Das muss man wirklich klipp und klar sagen. 44 zu 22, ein paar Enthaltungen gab es dann auch noch und so weiter. Wie wir hier sehen, sechs enthielten sich. Aber warum halte ich das für besonders demokratisch? Weil das Demokratie ausmacht. Dass man eine andere Meinung haben darf. Und dass kein Geklümmel und sonstige Absprachen und ähnliches offensichtlich vorher stattgefunden haben. Denn, wenn wir uns das angucken, was es für Ergebnisse in der DDR mit 97, 98 Prozent gegeben hat. Da fehlt eigentlich nur, dass da 105 Prozent dann dafür gestimmt haben oder für eine bestimmte Person oder ähnliches. Aber ernst bei der Sache. Wir sehen das ja auch bei zahlreichen dieser Veranstaltungen, wo dann auf einmal verschiedene Spitzenpolitiker der anderen Parteien 97 Prozent, 92 Prozent, 95 Prozent und ähnliches bekommen. Oder von mir aus auch 85 Prozent. Und da denkt man sich dann halt wirklich, ja, das kann doch nicht sein. Die können doch nicht wirklich alle so d'accord sein mit der Einstellung und speziell mit dieser Person. Und ich wage das oftmals wirklich zu bezweifeln und glaube, das liegt halt einfach eher daran, nach dem Motto, wir müssen geschlossen nach außen auftreten. Intern dürfen wir uns streiten, aber extern muss das natürlich alles ganz toll aussehen, damit die Bestätigung da ist für die Wähler. Damit die auch sagen, ja, natürlich, die ganze Partei ist dafür. Auch mein Abgeordneter hier aus dem Wahlkreis, das ist super, das ist toll und dementsprechend ist das in Ordnung. Ja, der macht das schon gut. Und das ist natürlich Schwachsinn. Das ist gelebte Demokratie, Leute. Das ist gelebte Demokratie, dass es hier fast dazu auch gekommen wäre, dass es keine Doppelspitze mehr gegeben hat. Denn ein Antrag des verteidigungspolitischen Sprechers und früheren Bundeswehroffiziers Lukasen, dafür fehlte allerdings hier knapp die Mehrheit, heißt es. 35 Abgeordnete stimmten dafür, 37 dagegen, sprich Doppelspitze oder Einzelspitze. Und eigentlich hat sich das ja ganz gut bewährt gemacht, weil vier Augen sehen mehr als zwei, wie man so schön sagt und so weiter. Und ich finde das gar nicht mal schlecht. Offensichtlich machen die ja auch eine gute Politik, sodass das hier bestätigt wird. Und man sieht es ja auch an den Wahlergebnissen, welches wir jetzt hier in Hessen und in Bayern gesehen haben, dass ja bundespolitisch eine gute Politik gemacht wird. Und die natürlich auch stark da einen großen Einfluss drauf gemacht hat bezüglich der Situation in den verschiedenen Bundesländern. Also ich halte euch am Laufenden, auch wenn über Chrupalla und die Blutanalyse da noch was Neues rauskommt. Deswegen jetzt unbedingt einen Kanal abonnieren. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr daran glaubt, was gewesen sein kann. Und abonnieren nicht vergessen. Danke, bis zum nächsten und ciao.